Mein Bachelor habe ich auch hier an der Hochschule gemacht, auch in Wirtschaftsinformatik. Und das hat mich so sehr überzeugt, auch den Master hier weiterzumachen. Das Coole hier an der Hochschule ist vor allem, dass die Professoren enge Kontakte in die Wirtschaft haben und demnach halt auch ganz aktuelle Themen bearbeiten und auch mit in die Vorlesungen transportieren, die die Studenten dann auch dort bearbeiten und auch zusammen natürlich dann mit den Unternehmen in Kontakt kommen. Und dadurch ergeben sich total viele Möglichkeiten für Professoren, für Wirtschaft und auch natürlich für den Studenten. Also über die Hochschule habe ich an einem Austauschprogramm teilgenommen, das war in der Ukraine. Und da haben wir wahnsinnig viel über kulturelle Sachen gelernt, zusammen auch mit anderen Studierenden vor Ort gesprochen, das Land kennengelernt und dort habe ich auch einen sehr guten Freund kennengelernt, mittlerweile auch einer meiner Mitgründer. In meinem Studium habe ich mich mit zwei Kommilitonen selbstständig gemacht. Wir sind eine Softwareentwicklungsagentur und spezialisiert auf Blockchain und begleiten damit Unternehmen in der digitalen Transformation. Also ich bin super glücklich, hier zu studieren. Das hat mir wahnsinnig viel gebracht und ich würde es jederzeit wieder tun. Ich bin Marcel, studiere Wirtschaftsinformatik mit dem Schwerpunkt Digitale Transformation im Master an der Technischen Hochschule Brandenburg.